Bo Henrichsen hat bisher 24 Punkte in 15 Spielen für den FCZ erzielt. Schlussstein Interview FCZ-Trainer Henrichsen, wenn darauf antworten würde, wäre ich dümmer, als Ausseh nach einem miserablen Start in die Superleague-Saison trennt sich der FC Zürich früh von Trainer Franco Foda. Sein Nachfolger Bo Henrichsen brachte den FCZ zurück in die Erfolgsspur und liest Fans wieder von grösseren Zielen träumen. Sein Bo Henrichsen Mitte Oktober Amtscheftrainers beim FCZ